Du kennst es. Deine Traumfrau ruft an, du lässt es zwei, drei Mal rufen, willst du cool bleiben. Aber das hier jetzt ist eine etwas andere Situation. Denn dieser hier ist der Frigo. Im 1994 hat es fast in den Olympischen Spielen einen Eilenhammer gelangt. Wo ist der Rocco? Und ich, was wieder einmal für meinen Bruder den Kopf anhebe. Ich weiss es nicht! Aber da geht es nicht darum, dass ihr sehen, wie ein 90 Kilo Granit auf meinen Schädler trifft. Nein! Da erzähle ich euch die Geschichte, wie es überhaupt zu weit kommen kann. Hehehe! Ich liebe es, wenn altfällig nicht gehört. Mach gefällig Schmitt und zeig alle deine. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Nein, ich wünsche einfach ein Pop-up Pilates. Location, schick wieder noch. Ich war 15 Jahre nicht mehr in der Agentur. Und das Erste, das ich gesehen habe, ist am Junior sein Goldfüdle. Generation Schnapschatt. Früher hast du da noch einen Cognac bekommen. Aber diese Zeiten sind etwa dabei. Ja? Hey Silvano. Sie sollen nicht so tun. Der Shooting war von Anfang an so abgemacht. Du hast sie nicht etwa veräumt? Hm, was läuft da? Was? Seid ihr oder du ihr? Oder das auch noch? Jesus Silvano. Ich muss jetzt gehen. Ist gut, schick mir das in den freshen Stuff. Und das nächste Mal saufst du ein wenig weniger. Ist gut, okay. Ciao, ciao. Seriously? Was? Ich fühle den Struggle vom jungen Sven Haarli nicht mehr. Hä? Was will er mir von meinem Struggle erzählen? Er hat damals noch nicht mal in die Windeln gemacht. Ähm, ähm, ähm. Was waren wir? Ähm, beim Struggle. Genau, beim Struggle. Weisst du, was es braucht, um all das aufzubauen? Ähm, ein bisschen Kohle von deinem Vater und ein kurzes Zeitgedächtnis wie deine Fische. Schau mal das Zeug vom Silvano, das am 22. steht. Wieso redet alle von dem Silvano? Okay. Nein, ist schon ziemlich cool. Oh, das nicht. Weisst du, was ich meine? Äh, was soll ich jetzt sagen? Ich meine, ich habe immer noch das Bild im Kopf. Und schaut mal da hinten. Der Grint von einem, der gerade realisiert hat, dass ein Zug abgefahren ist und dass er die letzten Jahre verschlafen hat. Du kommst nächste Woche noch mal vorbei. Du bringst fresh ein geiles Zeug mit. Und ich organisiere dir den besten Spot an dieser Vernissage. Ist gut. Was für ein Dummer. Die ganze Welt kann bei dieser dummen Aktion live zuschauen. Papi, schau mal, was denn mit deinem Auto gemacht hat. Sorry, ich weiss. Ach, du bist schon drauf. Ja, ja, okay. Die Leute haben jetzt Mami an. Nein, nicht Mami. Sie kann eh nichts machen. Was eigentlich nicht ganz korrekt ist, wenn die Frau anwälte, ich kann eigentlich immer etwas machen. Ja, Mama, du glaubst mir nicht, was da gerade passiert. Sogar der Arturo vorher hat es geschnallt. Du, ganz ehrlich Sven. Ich glaube, das mit deiner Scheidung hat dir nicht so gut. Sven? Jess, die ist doch in New York. Apple Pie. Äh, Big Apple. Martin, hilf dir. Wow, die ist so sweet. Bist du schon lange in der Schweiz? Nein, noch nicht lange. Ich habe ein Projekt in der Stadt. Weiss. Was? Das macht mir keine Zeit. Das ist die Emelie, meine Tochter. Hoi. Oh jö. Und wenn sie jetzt gerade noch ihr Haar hinten so streichen würde. Yes, yes. I guess she likes me. Wow. Was stellst du da aus? Was? Und dann der Moment, wo ich nichts überlegt habe. Ja, eins, zwei Bilder. Und es holt die Richtung wieder auf den Boden runter. Wisst ihr, so einer dieser Tage, wo ihr das Gefühl habt. Fredi? Kann es echt noch schlimmer kommen? So. Oh ja. Es kann. Kennst du die Jess eigentlich schon lange? Ja doch, schon länger. Zwischen euch stimmt keinem. Was macht denn die Waschmaschine da? Das ist ein Tumbler. Rocco? Hey, Sveni. Machst du ihn da? Oh ja, ich habe dir das Schenke-Mikro. Nach vier Jahren steht er einfach wieder in deiner Wohnung. Brauchst du Geld? Ich würde sie lieber mal beim Grossmami melden. Sie will ihren Fernseher zurück. Das ist übrigens Sandra, eine ganz gute Kollegin von mir. Hallo. Also überhaupt den Mut, hier wieder aufzukreuzen, nach dem, was er letztes Mal geboten hat. Aber normalerweise bringt das so etwas wie, ich will doch nur für euch da sein. Ich will eigentlich nur für euch da sein. Rocco, ich will zu Hause. Der Rücken tut mir weh. Was hat er denn damit gemacht? Hey, wenn jemand nach mir fragt, ich bin nicht da. Ja? Wir suchen den Rocco. Ist er da? Der Rocco? Ja, hier ist ich. Er ist wieder da. Subscribe jetzt doch, damit du siehst, wie es weitergeht. Vorher war ich übrigens noch auf Periscope. Und wenn du nicht so ganz genau weißt, wie das mit den Apps und so geht, dann schau doch einfach mal bei Swisscom Academy vorbei. ... ... … ... Bis zum nächsten Mal.